Guten Morgen meine liebe Schüler, wie geht's euch? Heute wir lernen Lektion 2 über Schulsachen. Die Schulsachen Bleistift Das ist der Bleistift Buch Das Buch Das ist das Buch Buntstift Der Buntstift Das ist der Buntstift Buntstift Federmäppchen Das Federmäppchen Das ist das Federmäppchen Heft Das Heft Das ist das Heft Kleber Der Kleber Das ist der Kleber Kleber Lineal Das Lineal Das ist das Lineal Das ist das Lineal Mappe Die Mappe. Das ist die Mappe. Radiergummi. Der Radiergummi. Das ist der Radiergummi. Schere. Die Schere. Das ist die Schere. Schultasche. Die Schultasche. Das ist die Schultasche. Spitzer. Der Spitzer. Das ist der Spitzer. Der Bleistift. Das Buch. Der Buntstift. Das Federmäppchen. Das Heft. Der Kleber. Das Lineal. Die Mappe. Der Radiergummi. Der Radiergummi. Die Schere. Die Schultasche. Der Spitze. Der Bleistift. Das Buch. Der Buntstift. Das Federmäppchen. Das Heft. Der Kleber. Das Lineal. Die Mappe. Der Radiergummi. Die Schere. Die Schultasche. Der Spitze. Das Video ist fertig.